Jetzt etwas über Krankenkassen. Krankenkassen dürften nächstes Jahr doch stärker steigen, als bisher erwartet. Der Internetvergleichs-Dienst Comparis korrigierte seine Prognose für 2009 von durchschnittlich 2,2% auf 4%. Bei der ersten Schätzung Mitte Juli hatte Comparis über die Daten von 20 Krankenkassen verfügt. Nun sind es 50 Kassen. Auch der Krankenkassenvergleichs-Sante Swiss hält eine Prämie-Erhöhung von 4% für realistisch. Die definitive Höhe der Prämie gibt das Bundesamt für Gesundheit Ende September bekannt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017